Falls der Nikolaus Ihnen heute einen dicken Schal oder Handschuh mitgebracht hat, dann nehmen Sie diese Geschenke am besten auf Ausflügen am Wochenende mit. Es wird zwar etwas milder, aber dennoch wechselhaft und nasskalt. Am Samstagmorgen zeigen sich dichte Wolken am Himmel und die Sonne ist kaum zu sehen. Am Nachmittag wird ein Maximalwert von 9 Grad erreicht. In den Abendstunden und in der Nacht bleibt es wolkig und die Luft kühlt bis auf 6 Grad ab. Auch am Sonntag versteckt sich die Sonne bei Werten von 6 bis 11 Grad hinter den Wolken. Gegen Abend muss mit Niederschlag gerechnet werden. Der Start in die neue Woche bringt einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen bei 3 bis 7 Grad. Der Dienstagmorgen wird regnerisch, im weiteren Tagesverlauf bleibt es überwiegend bedeckt, aber trocken.